Ja, das haben wir wieder, ne? In einer neuen Aufnahme, oh man. Der Thoreau ist wieder da, da unten. Kannst du mir den anschießen? Ach, leck mich doch. So, wo ist denn der Anführer? Irgendwann brauchen wir da noch, ne? Warte mal. Okay. Raus des Anführers. Gefehlshaber ausschalten. War ist der Typ? Okay. Na ja, da kommen. So. Cool. Azena, ja ja, hai hai. Das haben wir jetzt ausgeschaltet in das Lager. Das ist sehr gut. Das ist gelaufen. Ich stelle dir einfach da. So. Und jetzt wird es echt Zeit, dass man den Typen da drüben kennt. Aber der nervt mich schon extrem. So, Vogel. Da ist keiner mehr drin, ne? So. So, jetzt kommen wir von hinten hin. Und zack, Alter. Ei, ei, ei. Ist unfair. Ach du Scheiße. Der ist ja ziemlich stark. Da, 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 da kriegst du mich nicht. Nee, ich stelle mich nicht. So. So. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was wir jetzt machen. Ich will nicht sein. Ich will nehmen das da. Und gehen wir. Kannst gestohlen bleiben, ne? Der Typ. So. Hopp. Hopp. Schaut's hier aus. Onkel Floss. Wir müssen nach unten. Aber wie, was? Keine Ahnung. Warte mal. Ich bin sicher irgendwas. Warte mal. Noch ein Schatz. Das ist wie eine Gegend, bitte. Und überall Leute. Da ist die Hülle, da müssen wir rein. Okay, los geht's. Oh, ne. Der schreckt mich. Oh, pass, du Arsch. Oh, ich fähig. Ganz ruhig. Gib mir das Fell. Oh, ich fähig. Das sind die Höhlenbewohner, ne? Was ist denn der Schatz? Ne? Na, das ist cool, da. Oh. So, pass. Und wie kommen wir da rein? Zu der Kiste, ne? Würde mich interessieren. Na, egal. Machen wir da hin. Das ist im Bunker. Zettel. Oh, yeah. Urartige Tafel. Fünf Stück. Stufenaufstieg. Lecko mio. Oh, yeah. Stufenaufstieg. I'm a hero. Schau mal klar. Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, was die nehmen uns selber. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Achso. Direkt ne ne. Au. E. Dann machen wir die auf Position B. So. Haben wir sonst noch was? Warte mal. Event da. Da kann man jetzt sicher was nehmen. Ähm. Haben wir irgendwas 11? Ne. So. Zurück. Schuh, 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 schuh. Schuh, 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 schuh. Ah, okay. Dann haben wir den Bogen. Den können wir es vernichten. So. Ja. So. Verwurschtelt haben wir es. Dann, dann, dann. Pfeile haben wir genug. Beutel, Schwert, das könnten wir ausprobieren. Das klingt gut. So. Mal schauen, was das Ding kann, ne. Das hat schon einen ordentlichen Booster. So. Karte, so. Okay. Auf geht's. Fünf Tafeln haben wir gefunden. Dann, los. Das ist ein bisschen schwerfällig, ne. Das ist nicht mehr so fresh, das Ding. Ja, ja. Boob, boob, boob. Ich komme da runter. Rein. Runter. Runter. Was ist da tauchen, wahrscheinlich, ne? Das andere blutet wieder. Ach, ne. Ist der Arsch jetzt hier? Holen wir. Hm. Scheiße, was mir machen wir nicht gewusst. Da, so. So. Jetzt nimmt der sonst nie ein Ende. Ich nehme die andere Waffe noch. Die ist hier voll langsam. So. Brauchen schon was mit Schmackes. Na komm. Fertig. Na komm schon, rauf da. Und los. Komm schon. Obwohl. Müssen da was checken. Und los. Gibt's auch nichts, gell? Was ist mit dir? Noch mal Ruhe. Verjähr ich da mal Pferd. La Familia. Misch mal auf, ne, da drüben. Uhu. Braucht sie das noch, oder? Nicht? Okay. Nee, dann. Haben wir sie die Tussi abgebracht? Hm. Tödliche Dugend. Können wir uns jetzt auch schocken noch, oder? Wir müssen gar nicht. So. Oh, oh. Wo ist denn das? Wo ist denn das? so wieder rauf so da oben schaut irgendwie interessanter aus wenn ich die güter vernichten will so arena militär lager das gebiet wird sicher gut verteidigt wie groß kann fliegen siehst du na bumm haben wir es jetzt da unten ist keiner tschüss ding ding nö lieber nicht 3 4 6 ne hoppla so nicht mehr spaß wird das fliegt der hin bitte gar schon oder was ist mit dir geschmissen so geschnetzeltes nur so gasandra ist der schwer ein gefangener der nächste bist du und der gefangene gehört mir servas aussen mit johler sind auch die kaischen hoppla kling 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 da ist der kling 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 kreis ihn ab warte mal so ist das denn eher ferner ok was bist denn du für ein arsch alter alter lass den spatiaten da drüber so super jetzt ist der kollege gestorben für ein arsch fiedrig so wie schauts da aus stimmt doch gar nicht scheiße geht es runter der bleibt hier oben passt und tschüss so jetzt kämpfen dann machen wir das richtig stirb so gefällt mir das was ist denn jetzt kaputt ach du scheiße das ist ja der ding ist der lustige unser holt von epperfeld ich gebe nicht auf sicher bis dich alter scheiße ist der stark der arschgeil da okay ist ja zu spät schon einmal hier passen die wachen sicher gut auf jetzt den falschen killt Keine Ahnung, bitte mal. Macher Bauten-Kinder-Zet von dir hier, bitte mal. Oh, diese? Nee. Der Tempel, Futsi, sind es da? Da war mein Quest. Oh, wie war denn killen, oder? Den Typen? Rufen wir uns auf Fert? Ella! Korpus, Bewegung! Korpus? Okay, das ist jetzt der Korpus, ne? Der antike Hund, äh, Pferd, Bus. Der schläft. Das ist meine Chance. Ah, verdammt! Die haben jetzt einen scheiß Hund, da muss man wieder alles versauen, was ist denn das? So, dann können wir das abfeuern. So, wo ist denn der jetzt? Vielleicht gehen sie jetzt schlafen, ne? Dann können sie wieder überraschen. So, wo ist denn der Typ jetzt hier hinverschwunden? Ah, hier. So. Der Anführer der Athena ist tot. Ich gehe zur Stentor zurück. Scheiß Töder, tu, geh weg, Alter. hier ist abgeschlossen der anführer der antennen 2002 fast 3000 die ist neue und unten sind die anderen aufträge schwergewichte töten schiffe sommer versenken fünf athena schiff ist aber noch zu stellen müssen uns in die schlacht ziehen die handschrift eines ok sie suchen mich da unten die werden mich immer nicht finden weil ich bin besser als die das ist toll ne so sind es da unten wieder schon zu den typen schere fremder brauchst du etwas ein banditenlager wurde in diesem gebiet gesichtet und ich soll jeden einzelnen der banditen töten du verstehst schnell ich kümmere mich darum ich bin sicher dass du es nicht bereuen wirst schere haben wir den schnitt gemacht eigentlich ja wo ich kann ich kann uns so So. Da rüber. Na, mein Steckerl hat mir jetzt aufgeholt. Meine Güte. Kannst du nicht weiterlaufen, so. So, Vogel, ziehe ich den Kreis. Das Popcorn poppt auf, ne? So. Okay. Wir machen das so, ne? Zuerst der da, dann der da drüben. Und die anderen werden so gemölkert. So. Gute Nacht. Acht, acht, acht. Ach du Scheiße, der ist ja aufgewacht. Scheißhund. Böser Wolfie, böser Wolfie. So. Hä? Hat da gerade der Schaf den Typen gekillt, oder? Hä? Das war wirklich nur mit 10.000, oder? Ober 9.000. Äh. Wie geht das? Ah. Rotomodus, ah. Hilfe. Ja. So, der Mann wurde ja schlank von einer Ziege, ne? Schaut halt so aus, oder? Ja. Speichert. So. Haben wir das jetzt auf... Äh, ja. Ja. Was haben wir jetzt auch? Icarus fliegt und siegt. Was ist denn da hinten wieder? Oh Gott. Da wirst du nicht mehr fertig mit dem Spiel. Da kommst du von einer Quest in die andere Quest, ne? Das ist echt hardcore. Cool. So. 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 So, und ab ins Lager wieder. So. Mal muss das halt weg sein. Pulis, pulis. So. Das ist eine Ratsch. So, haben wir das Erledigte gewusst. Es geht Schlag auf Schlag. Fektion der Blinderer. Abgeschlossen. 840. So. Was haben wir da noch? Den Typen müssen wir noch Geschichten erzählen. Eine schwere Zeit für die Familie. Da ist der Typ da wieder. Das haben wir abgeschlossen. Dann müssen wir da lang. Oh yeah. Round 2. Me. So. Vogelflieg und Sieg. Blopp. 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 Ijeje, 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 das geht ja richtig ab hier Sa, checken die Lage Ijeje, ja das wird was Ach ne, jetzt kommt der auch wieder angeschissen. Wo kriegt denn der mal seine Informationen her, wo ich bin? Hm. Okay. So, da hinten ist auch noch ein Lager, boah. Hier hilft nix, ne? Müssen wir rein da, ne? Da müssen die Aue eh schnell gewissen jetzt. So, haben wir schon ein paar ausgeschalten, ne? Sehr gut. Der Brotete. Was ist denn mit dir? Geh weg. Geh weg. Hey loco, loco. Marlaka. Sa. Amas. Okay. Ist das hier? Hop. Hop. Wo bin ich denn? Ach so. Ich lauf zurück. Ich bin ja so ein super. Duper. Da geht's lang. Oh man. Ich bin auf die falsche Seite gelaufen. Entschuldigung. Was ist mit dir Bock? Geh verpiss dich. Okay. Woi. Auf Nisja. Die Gegend wird gut bewacht. Und dann noch zur Ruhe ziehen. Ich hab doch... Auf geht's! Gut geht's. Und tschüss. Dreimal schwarzer Koder. So. Ich bin gar nicht hier. Der steht ja unten. Passt. Was für ein Zeichen? Dein Leben ist vorbei! Nein, so alter. Mal locker. So. Ah, den Typen können wir schon, ne? So. Geh nur, Geh nur, Geh nur, Geh nur ein Stückchen. Und... Komm mit! Da ist dein Kollege. Dankeschön. So. Ach, Mö. Jetzt kommt ja wieder der Hermann. Der Hermann. Herbett. So. Keine Seele. Die vom Erdboden verschlupft. Denkt euch an. Jawohl! So. Schade. Zeit zu sterben! Ja! 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 Scheiß, die waren da. Ich geh waren da. Können wir ein paar Leichen sammeln, ne? Furt, ich sehe sie. Furt! Nach Nö. Wolfi, lass mich in die Truhe. Super. Geht's wieder? Ist da die Luft rein? Nein. Scheiß. Siehst du was? Nichts! Weiter machen! Bleib wachsam! Ja, verstanden! Das dauert noch ein bisschen, ne? Bis wir das auseinander genommen haben. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht, ne? Denkt zu viel, Leute, ne? Zwölfer Typ, Alter. Da ist noch was. Achtu! Achtu! Achtu, meine Güte! Du wirst gerecht werden! So, hast du mit den Leichen gefunden? Scheiße! Das Leuchtfeuer muss ich noch, Dings? Ach, nö! Scheiße! Du Arschgeige! Das ist jetzt ganz toll, ne? Wie machen wir das jetzt am besten? Ne, hinten Wimmelsnummer. Ach, scheiße! Okay, der ist da oben, okay. Vorsichtig! Niemand darf mich sehen! Niemand darf mich sehen! Aaruk? Ach, nö! Was war das wohl? Nö, ich nicht. Uh! Das ist mal lacker, du. Ich weiß, dass wir sie finden. Sind erledigt. Du bist so chancenlos! No! Gönnen euch keinen Spaß, oder mein? So, wir machen das anders, ne? Scheiße! Warum finden die einen so schnell immer? Ganz einfach, ne? So. Geht's im Ding. Tschüss. Kommt der rüber noch? Ne, da kommt nicht her. Das ist wieder praktisch, ne? So, das da drüben ist man noch. Da? So. 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 Santa, du hast keine Bauer mehr. Wir müssen mich runterziehen da vorne. Will mir da jemand ein... Da. Tschüss. Okay. Vorne sind Geiseln. Vorne ist die Wache, okay. Sehr gut. Nice, nice. Left to him. Was geht denn hier ab? Wäre noch richtig gut. So. Da war es die. So. Dann haben wir ihn wieder rausgelotzt. So. Jetzt können wir den da oben nehmen. Schau. Schau ruck. So. Nice. Okay, schau die Dash. Da ist das Leuchtfeuer, ne? Warte mal. Ich muss mir da rüber. So. Anzünden. Nein, mach das aus. Aus. Nein, nein, nein. Du scheiße. Scheiße. Ach du scheiße. Bringt die Hütte ab. Bringt die Hütte ab. Bringt die Hütte ab. So. Komm schon. Durchsuchen. Okay. Okay. Puh. Okay. Da gehen. Farle legen. So. So. Okay. Oh man, der ist schon wieder da mit seinem Jagdviel. Da bin ich. Das ist der da, der schläft. Gefangene. 1, 2, 3 Typen sind noch mehr, ne? Nicht halten so viele. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay. 3, 9er, 3, 9er. Okay. 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 Brot in der Tisch. Brot in der Tisch. Okay. 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 Gibt's gut. Optionen in der Eimer. Sehen wir das schönes. Ok. T resultantです. cònaisch levee. G선 du nicht? Ach? Ah! Ah payment. Warte mal. Nee. Da ist noch ein Schatz. Warte. Geh wir uns. Nee, der ist nicht hier. Oder? Nein. Schade, schade, schade. Geh es auch. Oh, ja. Na, kollegas? Oh, oh. Aufschließen. So. Platz frei. Abgeschlossen. Fin, wir fahren mit den Schiff fort. Das muss ich mir anschauen. Was ist denn? So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Sehr gut. Und wie ich sage, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.